Ein Gruß zur Mittagszeit mit Karin Brunken und Helge Tischler. Ich bete, Gott, ich bin hier und du bist hier. Ich bete zu dir und weiß, ich bin verbunden mit dir, mit anderen, die zu dir beten, genau jetzt, genau so. Ich bin hier und du bist hier, Gott, das genügt. Gott, höre auf unser Gebet, sei uns nah. Amen. Gott, höre auf unser Gebet, sei uns nah. Gott, höre auf unser Gebet, sei uns nah. Gott, höre auf unser Gebet, sei uns nah.